Ein erfrischendes Glas Wasser ist bei Familie Hieblinger in Neuhofen trotz eingebauten Kalkschutzsystems noch immer ein besonderer Genuss. Warum? Weil sich die Familie zum Einbau des umweltfreundlichen Kalkschutzsystems Aquabion entschieden hat. Lästige Kalkränder und verstopfte Duschköpfe gehören der Vergangenheit an. Das Produkt hat einige Vorteile, also von der Reinigung her sehr einfach und leicht zu machen. Das Wasser hat einen sehr guten Geschmack und das Preis-Leistungs-Verhältnis passt auch, weil es gibt keine Wartung. Die Installation des Aquabion war einfach und platzsparend. Der Installateur hat ca. eine halbe Stunde gebraucht, bis er das eingebaut hat. Wir sind sehr zufrieden und man sieht es auch deutlich in der Küche und im Badezimmer. Der Fachmann erklärt uns, wie Aquabion funktioniert. Umweltfreundlich und wartungsfrei. Wenn man hier her schaut, sieht man hier, dass hier eine Zinkopfernot eingebaut ist. Das ist ein Zinkteil und wenn das Wasser jetzt durch die Rohrleitung in den Aquabion eintritt, lösen sich hier Zinkionen. Ganz eine minimale Menge. Aber das reicht aus, dass dieses Zink eine Verbindung mit den Kalkmolekülen eingeht und diese dermaßen verändert, dass die anhaftungsneutral werden. Das heißt, sie bleiben in den Rohrleitungen nicht mehr hängen. Und ganz deutlich merkt man es dann im Haushalt, dass z.B. weniger Kalkflecken sichtbar sind. Und der Kalk, der noch sichtbar ist, lässt sich ganz einfach mit einem nassen Tuch z.B. wegwischen. Der Aquabion zeugt von Qualität, denn europaweit sind immerhin mehr als 200.000 Stück installiert. Und wir haben auch in Österreich sehr viele große Kunden, wie z.B. die ÖBB, Fösslauer, Stalim und Sterner, Borealis. Und aber auch Wohnbau und vor allem auch Einfamilienhäuser, die hier auf den Aquabion schwören. Nach einer Einsatzzeit von im Schnitt 6 Jahren wird das Gerät zum halben Preis auch ausgetauscht. Die Rabmer-Gruppe bietet zusätzlich auch eine einjährige Zufriedenheitsgarantie mit voller Kaufpreisrückerstattung an. Erhältlich ist Aquabion bei den Installateurpartnern. Infos unter www.aquabion.at